Natürliche und Home-Remedies für Epilepsie Epilepsie ist eine neurologische Erkrankung, die wiederholte Anfälle oder Anfälle verursacht. Seit sehrere Episoden können für sehr kurze Zeiträume zu lange Zeiträume dauern. Die Anfälle treten aufgrund beristerelektrischer Aktivität im Gehirn, die nicht normal sind. Experten wissen noch nicht, was Epilepsie verursacht. Das Hauptsymptom von Epilepsie-Anfälle wiederholt die ohne Vorwarnung passieren. Dies kann mit Muskelkontrolle, Bewegung, Sprechen, Sehen oder das Bewusstsein zu Krämpfen und Problemen führen. Manchmal kann eine Person auch in Ohnmacht fallen oder das Bewusstsein verlieren. Oft geschieht das Einsetzen der Epilepsie in der frühen Kindheit oder nach dem Alter von 60 Jahren, aber es kann in jedem Alter auftreten. Bestimmte Faktoren das Risiko von Epilepsie, einschließlich Familiengeschichte, einer Kopfverletzung, Schlaganfall und andere Gefäßerkrankungen, Hirntumore, Demenz, Infektionen des Gehirns, Bleivergiftung, vorgeburtliche Entwicklung des Gehirns Probleme zu erhöhen, und die Alzheimer-Krankheit. Epileptische Anfälle kann beängstigend sein, aber sie verursachen keine psychische Erkrankung oder geistige Behinderung. Darüber hinaus nicht jeder, der Anfälle hat Epilepsie. Üblicherweise werden zumindest zwei oder mehr Anfälle innerhalb von 24 Stunden werden für die Diagnose von Epilepsie erforderlich. Glücklicherweise können sie Anfälle mit Medikamenten, Veränderungen im Lebensstil und pflanzliche Heilmittel zu steuern und zu reduzieren. Hier sind die einige Möglichkeiten, mit Epilepsie zu behandeln. Kokosöl ist in der Behandlung von Epilepsie sehr effektiv. Die Fettsäuren, Mittelkirche 3-Glyceride, in Kokosöl haben therapeutische Wirkungen auf Gehirnzellen. Darüber hinaus liefern sie Energie für die Gehirnzellen, die Symptome von Epilepsie zu lindern hilft. Bittersalz Bittersalz ist auch wirksam bei der Anfälle bei Menschen mit Epilepsie zu reduzieren. Das Magnesiumsulfat in Bittersalz ändert physikochemischen Zellbeziehungen im Gehirn, was wiederum die Häufigkeit von Anfällen und Krämpfen verringert. Zitronen Eine beliebte Auerweder-Heilmittel für Epilepsie ist Limetten. Limes helfen die Durchblutung des Gehirns zu verbessern. Darüber hinaus helfen sie, übermäßige Kalzium normalisieren, die Gehirnfunktionen beeinträchtigen kann. Mischen sie 2 Esslöffel frischer Limettensaft und 1-2 Teelöffel Backpulver in einem Glas Wasser. Trinken sie täglich vor dem Schlafengehen. Sie können auch frischer Limettensaft auf den Kopf auftragen und gründlich für ein paar Minuten massieren. Tun sie dies täglich vor der Dusche. Knoblauch Knoblauch ist auch nützlich bei der Behandlung von Epilepsie. Seine Ansoxidans, krampflösend und entzündungshemmende Eigenschaften helfen im Körper schädliche freie Radikale zu zerstören und das ordnungsgemäße Funktionieren des Nervensystems zu fördern. Dies wiederum verhindert Anfälle und andere Epilepsiesymptome. Passionsblume Das Kraut Passionsblume hilft auch Anfälle reduzieren. Es enthält eine Chemikalie wie Cresin bekannt, die die Menge an Gamma-Amin-Opadosäure, GABA, im Gehirn hilft erhöhen. Dies wiederum reduziert Häufigkeit der Anfälle sowie Angst. Vermeiden sie Passionsblume, wenn sie schwanger sind oder stillen sind. Auch fragen sie ihren Arzt vor der Einnahme dieses Kraut, der sie die Wirkung von Anti-Anfall-Medikamente erhöhen kann. Wintermelone Wintermelone, die auch als Asche-Kürbis bekannt ist, ist ein wirksames Hausmittel gegen Epilepsie aufgrund seiner ernährungsphysiologischen und medizinischen Eigenschaften. Dieses Gemüse hilft, das Nervensystem gesund zu halten und sorgt für eine reibungslose Funktion der Gehirnzellen. Übung Regelmäßige körperliche Bewegung verbessert die Fitness, Energie und Stimmung, was wiederum hilft, Krampfanfälle und die Auswirkungen der Epilepsie auf eine Lebensdauer erheblich reduziert wird. Darüber hinaus Übung releases Wohlfühlhormone in das Gehirn und erhöht die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn. Yoga Yoga ist eine uralte Praxis, die Stress lindert, induziert Entspannung und bietet mehrere gesundheitliche Vorteile für Menschen mit Epilepsie. Die Kombination von kontrollierter Tiefeatmung, Körperhaltungen und Meditation hilft bei der Kontrolle Anfälle und andere Epilepsie-Symptome zu reduzieren. Die Top-Yoga-Posen für Epilepsie sind Val-Asana, Kindposition Nadishtana, Wechselatmung Kaput-Asana, Pitchen-Pose Suess-Asana, Kopfstand Kamat-Karasana, Witzing Nehmen notwendigen Vitamine Eine gesunde Ernährung ist bei der Behandlung von Epilepsie wesentlich. Es gibt verschiedene Vitamine, die viel helfen können. Zum Beispiel hilft Vitamin E die Neuronen steuern, die Anfälle und Angststörungen verursachen. Akupunktur Akupunktur ist eine bekannte Behandlung für die Anfälle wegen Epilepsie. In der Akupunktur wird Druck auf bestimmte Punkte am Körper feinen Nadeln angewandt. Obwohl der Mechanismus nicht bekannt ist, kann Akupunktur helfen Gehirnaktivität verändern Anfälle zu verringern, indem sie den Fluss des Keviderherstellung, Energie, im ganzen Körper. Tipps Holen Sie sich genügend Schlaf wie Schlafmangel kann Anfälle auslösen. Wenn Sie Anfälle regelmäßig haben, eine medizinische Armbandbenachrichtigung tragen. Dies wird helfen, die Menschen über ihre Krankheit wissen. Verwalten Sie Stress und Stresssituationen zu vermeiden. Trinken 1-2 Glastraubensaft täglich. Begrenzen Sie die Aufnahme von Alkohol und nicht rauchen. Wie wenig Kalzium und Magnesium können Anfälle auslösen, essen Lebensmittel mit hohem diesen Nährstoffen. Halten Sie eine schriftliche Aufzeichnung. Alle Anfälle haben Sie und halten Sie Ihren Arzt aktualisiert. Vermeiden Sie alle weißen Produkte, einschließlich weißer Zucker, Weißmehl, Speisesalz und weißer Reis. Nicht konsumieren künstliche Süßstoffe oder Zusatzstoffe. Lassen Sie keine Mahlzeiten, vor allem das Frühstück. Folgen Sie der ketogene Diät, auch wenn die Einschränkungen kann eine Herausforderung sein. Aschekürbis und Lakritzpulver Aschekürbis wird für die Anfälle als eines der besten Mittel betrachtet. Nehmen Sie 1 Schüssel zerdrückte Aschekürbis. Drücken Sie sie auf einem Sib und extrahieren seinen Saft. In 3 Teelöffel Lakritzpulver Gut mischen. Getränke einmal täglich. Vermeiden Sie in den Mund des Patienten während eines Anfalls. Angriff setzen alles.